Und auch zum abgestützten Schiff. Erstmal zur Ruine. Halt, warte! Bevor ich jetzt vergesse, ich hatte doch noch den einen Ort hier gesehen. Ich weiß nur nicht genau, wo er ist. Das müsste der hier sein. Ja. Das ist es, was ich gesehen habe. Als wir die Umgebung gescannt haben. Eine weitere Ruine. Bei der ich noch nicht gewesen bin. Da haben wir noch mehr Gold. So viel Gold, das ist mehr Gold. Dann machen wir mal folgendes. Machen hier mal aufladen. Machen hier mal. Achso. Habe ich noch irgendwas, dass ich mit Kohlenstoff hier reparieren kann? Plutonium. Atamium. Apropos Plutonium. Müssen ich dann wieder einsammeln irgendwo. Und dann kann ich auch hier das Kohlenstoff-Ding hier mal wegschmeißen. Kohlenstoff ist irgendwie so das, was man immer am wenigsten braucht, habe ich so das Gefühl. Nehmen wir lieber nochmal ein bisschen Gold mit, um dann irgendwann mehr Units zu haben. Kurz husten hier. Deswegen kam jetzt mal ganz kurz nichts. Ja, ne? Dauert halt so ein bisschen, bis man hier dann so eine Goldader hier dann weggebrostet hat. Irgendwann tollen Fein-Laser hier. Der Laser des Todes. Der Laser des Todes. Jeder sollte einen Laser des Todes immer in der Tasche haben. Nicht? Gerne nicht. So. Schon später. Irgendwann haben wir das auch abgebaut. Es dauert halt echt so ein bisschen. Ich hätte echt gern so eine Art Breitstrahl oder sowas für den Abbau von dem hier. Ich weiß gar nicht, ob es sowas gibt. Aber halt, dass wir flächendeckend da abbauen können, das wäre cool. Wollen wir tatsächlich zugeben, das wäre cool. Haben wir denn irgendwie hier dann... Theoretisch sowas. Reelschussadapter. Achso, das ist für sofortigen Schaden. Hm. Wir können halt sowas hier bauen zum Intensiver abbauen. Kühlmittel-System könnte man einbauen. Ich will ja auch hier so ein bisschen so Richtung Schaden gehen, ne? Ist ja alles so eine komplizierte Geschichte. Schnellere Werkbau, Strahlprozesse bei Ressourcen, reich Materialien. Mehr davon habe ich ja bisher noch gar nichts gemerkt. Aber wirklich gar nichts. Hm. Hm, 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 hm. Was ist das hier? Reichweitenerhöhung, Tau, Scannerbegleiteinheit. Achso, das ist für die C-Taste hier. Wenn ich jetzt hier das hier mache, hat das eine Höhe Reichweite. Brauche ich aber eigentlich nicht. Kann weg. Kann ersetzt werden durch irgendwas anderes Tollem. Was genau weiß ich selber noch nicht. Aber mal gucken. Von den Plasma-Kranaten bin ich eigentlich nur begeistert von, von, hey Mensch, ich kann mich in die Tiefe buddeln so ein bisschen. Sonst irgendwie so gar nicht. Oh, nur gut. Hier, das müsste ich immer noch aufladen. Haben wir auch getan. So. Und dann, keine Ahnung, wir rüsten unser Multiverkzeug so auf, dass es, äh, sowohl Schaden macht, als auch gut abbauen kann. Jetzt, wo wir wirklich viele, viele Plätze haben, kann man das ja mal machen. Müsste man sich halt nur um die ganzen Ressourcen mal kümmern. Aber ich glaube, das machen wir erst, wenn wir dann tatsächlich in das nächste System mal fliegen. Wenn wir mal den nächsten Warp-Kern haben. Und dann mit Warp-Geschwindigkeit herumfliegen. Das kann sich ja nur um eine Stunde handeln. Besonders, wenn ich erstmal hier Gold abbaue. So, hier nochmal ein bisschen was. Da kriege ich gar kein, gar kein Gold draus, oder was? Von den letzten 40, naja, egal. So, dann haben wir hier einen Wissensstein. Abwesend, yay. Dann hier einen Wissensstein. Ausbildung, yay. Hier einen Wissensstein. Kreatur, yay. So, und was haben wir dann hier bei der tollen Ruine? Auf dem uralten Gebilde gibt es drei breite Spalten aus Worten, die alle in einem anderen Alphabet geschrieben sind. Die Wörter der ersten Spalte ähneln wilden Runen, die in Sand geritzt wurden. Die zweite Spalte zeigt eine genaue Abfolge von Punkten. In der letzten Spalte stehen große, einladende Buchstaben, als wären sie von Hand in den harten Stein geschrieben. Der Schmutz und das Blut, uralte Handabdrücke bedecken die Socke unter jeder Spalte. Lernen Sprache, Lernen Sprache. Steht dann jeder dieser Dinger für andere Sprache? Hand gegen die Punkte pressen. Die alten Geister, die hier wohnen, bringen mir die Sprache eines entfernten Volkes elektronischer Lebensform bei. Aha. Das Korvax-Wort für selten gelernt. Korvax-Wort für Warnung. Kreislauf. Ach, ein Atlas-Wort auch noch. Okay. Ja, die Korvax, die haben wir noch nicht gesehen. Aber ich gehe mal davon aus, die werden wir noch kennenlernen. Das ist wahrscheinlich die Runenschrift von... Also gehe ich jetzt mal einfach mal aus. Die Runenschrift passt irgendwie zu dem Wiken und dann die Buchstaben... Ah, Alter, warum... Hallo? Den Bug hatten wir schon mal. Ähm. Dass er einfach so abhebt hier. Das nun geht nicht mehr. Hier haben wir doch nochmal so eine Landefläche, wo ich gerne drauf landen würde. Ähm. Und die Buchstaben vielleicht zu den Gag oder so. Könnte ich mir vorstellen, ob es wirklich so ist. Ich habe keine Ahnung. Haben wir das schon erforscht? Ist er gerade von mir entdeckt? Wir werden es ja gleich ausführen, wenn wir jetzt hier irgendwo reingehen. Ja. Ist von mir entdeckt. Sonst hätte ich jetzt dafür noch eine Cut-Team bekommen für das Benutzen des Speicherpunkts. Okay. Gut. Oh, nein. Ich habe doch kein Plutonium mehr. Ach, Schete. Plutonium. Oh, du mein schönes Plutonium. Wo bist du? Plutonium, da ist Plutonium. Plutonium, Plutonium. Könnte ich hier auch gleich mal ein Gold verkaufen, ne? Da ist es weg. Man nervt mich nicht mehr im Inventar. Hier. Zeig mal im Inventar. Jetzt haben wir hier anderthalb Stacks. Das ist schon okay. Da kriegen wir den Preis von unserem, äh, wie heißt es hier, von unserer Waffe, die wir jetzt gekauft haben, schon irgendwie wieder rein. What? Achso. Weil ich da jetzt wahrscheinlich irgendwas anderes nebenher noch abgesammelt habe. So, Plutonium voll. Wo haben wir denn hier dann... ...ein Händlergetöns? Ich hoffe, wir haben hier einen Händlergetöns. Gehen wir hier rein. Guten Tag. Hier ist nix. Hier hatten wir nur diesen Einsendeturmgetöns. Hier wird, denke ich mal, auch kein Händler drin sein. Dann sind wir jetzt hier an der... ...Basis ohne Händler. Doch, da ist einer drin. Oder müsste zumindest. Weil immer an diesen Landeplattform-Dingern... ...sind meines Erachtens nach... ...die... ...ähm, sag schon. Die anderen auch mit enthalten. Die diese Händler... ...Bots da... ...die Zugriff geben auf... Genau. Das ist, glaube ich, der Wikane, der nicht mehr mit mir reden wollte, ne? Ich habe hier keinen Kohlenstoff, dann kann ich auch nie mit dir reden. Das hier hatten wir gekauft. Man erinnert sich. Und hier kann ich... ...den galaktischen Markt aufrufen. Gegenstände auf dem Hotel verkaufen. Sehr gerne. Hier, jede mehr Gold für... ...90.000 ist okay. Joa. Ne? Haben wir wieder fast so viel, wie wir vor hatten. Bevor wir hier was gekauft haben. Nun gut. Dann einmal schnell hier die Startschubdüsen hier auffrischen. Warte. Hier. Plutonium. Technologie aufgeladen. So. Und dann... ...nicht da hin. In diese Richtung ungefähr. Machen wir so komplett um 360 Grad drehen, mindestens. Für das abgestürzte Schiff müssen wir wieder so... ...bisschen in den Orbit rein und so. Schade, dass ich den Impulsantrieb nicht hier benutzen kann. ...äußerst schade. Da fliegen Raumschiffe ziemlich nah an der Oberfläche. Ist auch bedenklich. Wow. Wow, okay. Kann ich nicht mal gegenfliegen. Interessant. Da wollte ich es einfach mal ausprobieren. Ging nicht. Na, so langsam sieht es doch schon fast danach aus, dass es eine Ruine ist, wo wir schon gewesen sind. Warte. Was ist das? Waren wir hier? Bestimmt nicht. Ich weiß, ich bin über 50 andere rüber geflogen. Aber die hier sieht irgendwie merkwürdig aus. Ich weiß auch nicht warum. Ich kann es nicht beschreiben. Da ist so eine kaputte. Um 17.8. Ah, okay. Habe ich gestern entdeckt. Dann sind wir hier schon gewesen. Komm. Ich finde ja gut, dass da steht, wann ich das entdeckt habe. Dann bin ich doch hier bestimmt auch gewesen, oder? Ah, sieht ziemlich so aus, als wäre ich hier schon mal gewesen. Schade. Na komm. Lauf mal. Wollte er nicht laufen. Ich weiß nicht warum. Ja. Die wissen, Steine leuchten auch. Haben wir schon. Warum wir hier dann nochmal so ein Ding ins... So ein Signal dafür hinbekommen, ist mir auch ein Rätsel. Aber naja, was soll's. Wir haben den Planeten halt einigermaßen schon weit erkundet. Nicht überall, aber auf jeden Fall schon relativ weitläufig. Fliegen wir schnell in Orbit, damit wir ein Stückchen schneller hinfliegen können. Bitte warten. So, das ist da. Mit Boost würde ich... Ja, ungefähr eine Minute brauchen wir nochmal hier so einen kleinen Impulsschub hier. Okay, macht er nicht mehr. Ich bin zu nah an der Oberfläche, okay. Gut. Dann versuche ich aber... ...hier gleich zu landen. Und dann kümmern wir uns tatsächlich mal um den Warpkern und so. Einfach nur, damit das mal erledigt ist so langsam. Warte. So, jetzt müsste ich theoretisch fast genau darüber sein. Auch noch fast. Man versucht ja so ein bisschen Zeit zu sparen, wo man kann. Nicht so viel, aber halt so ein bisschen. Wir sind fast da. Gleich wieder zum Landeanflug ansetzen. Ungefähr jetzt. Ja, also so ein Planet ist schon riesen scheiße groß. Muss man einfach mal sagen. Und das ist nicht ohne. Um den komplett zu erforschen, wäre auch so... Wow. Also, mich wundert halt, wo sollen denn dann noch die anderen Tiere sein? Irgendwo auf diesen 100.000 Millionen drüben sie Flecken? Hm, ich weiß ja nicht. Ist das das eine Schiff, das wir schon erforscht haben? Ja? Ernsthaft? Wo wir schon mal gewesen sind? Wo wir schon gesagt haben, boah, nee, ist das scheiße? Dass das so riesig aussieht? Und es ist das. Ihr wollt mich doch mobben.